Unsere Aufgabe besteht darin, eine Lösung des unbestimmten Integrals von e hoch x plus 2 zu finden. Gesucht ist also die Menge aller Stammfunktionen der Funktion f von x gleich e hoch x plus 2. Um diese Stammfunktionen zu berechnen, ziehen wir das Integral auseinander. Das heißt, wir verwenden die rechts stehenden Rechenregel für Integrale. Damit erhalten wir folgendes. Integral von e hoch x plus 2 dx ist dann gleich dem Integral von e hoch x dx plus dem Integral von 2 dx. Wir haben also das ursprüngliche Problem, die Menge aller Stammfunktionen von f von x gleich e hoch x plus 2 zu finden. Das heißt, das Integral von e hoch x plus 2 zu lösen. Darauf zurückgeführt, die Menge aller Stammfunktionen von g von x gleich e hoch x und h von x gleich 2 zu finden. Eine Stammfunktion von g ist e hoch x und das kann man sich leicht durch Ableiten klar machen. g' von x ist ebenfalls e hoch x und da sich Stammfunktionen nur in einer additiven reellen Konstanten unterscheiden, haben Funktionen aus der Menge aller Stammfunktionen von g deshalb immer die Gestalt g von x gleich e hoch x plus c, wobei c ist eine reelle Konstante. Analog folgt, dass die Menge aller Stammfunktionen von h die Gestalt h von x gleich 2x plus d hat mit einer reellen Konstanten d. Wir haben hier absichtlich nicht ebenfalls groß c als Bezeichnung für die Konstante gewählt, denn die Konstante groß d bei der Funktion groß h von x darf sich von dem groß c bei der Funktion groß g von x unterscheiden. Das heißt, die beiden Konstanten dieser Stammfunktionen sind unabhängig voneinander und deshalb bezeichnen wir sie auch unterschiedlich. Wählen wir als Stammfunktion von klein g beispielsweise groß g von x gleich e hoch x minus 4, das heißt wählen wir als Konstante groß c minus 4. Dann haben wir jetzt die Freiheit für groß d irgendeine andere Konstante zu wählen oder dieselbe ist auch in Ordnung, um eine Stammfunktion von klein h zu erhalten. Zum Beispiel liefert groß d gleich 7 als Stammfunktion groß h von x gleich 2x plus 7. für unser Ausgangsintegral folgt nun Integral von e hoch x plus 2 ist gleich e hoch x plus groß c plus 2x plus groß d und diese Funktion nennen wir einmal groß f von x und dabei sind groß c und d beliebige reelle Zahlen, also beliebige reelle Konstanten. Und wie auch immer wir c und d wählen, das Ergebnis wird immer die Gestalt groß f von x gleich e hoch x plus 2x plus e haben, wobei groß e eine reelle Konstante ist. Genauer gilt groß e ist gleich groß c plus groß d, aber das ist eigentlich nicht mehr wichtig, denn Stammfunktionen unterscheiden sich nur in einer Konstante. Aus diesem Grund können wir auch groß c und d, deren Summe ja immer eine Konstante ist, auch direkt zu einer einzigen Konstanten groß e zusammenfassen und uns dadurch später Schreibarbeit sparen. Ich hoffe, damit ist klarer geworden, dass wir statt Integral von e hoch x plus 2 gleich e hoch x plus groß c plus 2x plus groß d das Ganze auch kompakter schreiben können als Integral von e hoch x plus 2 ist gleich e hoch x plus 2x plus groß e mit einer einzigen reellen Konstanten groß e. Klage. Klage.